Für Donald Trump wird es ungemütlich. Nachdem die Anhörungen zur Ukrainer-Affäre öffentlich im TV übertragen werden, kommen auch immer mehr der zuvor hinter verschlossenen Türen gemachten Aussagen ans Licht. So hatte eine Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, die das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten mitgehört hatte, ausgesagt, Trumps Forderungen seien unangemessen gewesen. Der Präsident schäumte per Twitter. Sagen sie Jennifer Williams, wer immer das auch ist, dass sie beide Abschriften der Präsidentenanrufe lesen soll. Dann sollte sie sich mit den anderen Never-Trumpers treffen, die ich nicht kenne und von denen ich meistens noch nie gehört habe, und einen besseren Präsidentenangriff entwickeln. Sogar während der öffentlichen Anhörung hatte Trump Mariju Wanovic, die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, auf Twitter attackiert. Die reagierte live im Fernsehen geschockt. Das ist sehr einschüchternd. Das soll es auch sein. Oder, fragte die Ausschussvorsitzende, ich kann nichts zu den Absichten des Präsidenten sagen, aber es kommt mir einschüchternd vor. Inzwischen fällt es auch leidenschaftlichen Unterstützern des Präsidenten immer schwerer, seine Ausraster zu entschuldigen.